Relaxed, lehnt euch zurück. Ich bin gerade genesen und die anderen Comedians haben gesagt, in der Quarantäne, da kannst du super neues Material schreiben. Top-notch, gesellschaftskritisch, also freu dich jetzt auf 10 Minuten substanzlose Pimmelwitze. Aber keine Angst, daran bin ich der Beste. Ich finde alles irgendwie, wirft immer irgendwie neue Fragen auf, so im Leben. Gibt nie genug Antworten. Habe ich zum Beispiel neulich gefragt, warum gibt es eigentlich Baby-Partys und keine Abtreibungs-Partys? Könnte die Mutter wenigstens was trinken? Und wenn euch der Joke zu hart war, wird das jetzt ein lustiges Set. Und ich analysiere immer viel bei meiner Comedy, das heißt, wenn ich mir gleich irgendwie so Notizen mache oder sowas, da liegt das daran. Und natürlich daran, dass ich auf Crystal bin. Aber ich habe gesehen, es sind ja auch viele junge Leute hier heute. Und ich finde, man kann so unsere junge Generation eigentlich runterbrechen auf zwei Gruppen, die die influencen und die, die immer müde sind. Ich bin immer müde. Ich bin teilweise so müde, ich mache ein Power-Nap, bevor ich schlafen gehe. Einfach, um die Energy dafür zu haben. Und mein Therapeut hat gesagt, ich soll mein Leben in die Hand nehmen. Also habe ich mir auf Pornhub ein Premium-Account gekauft. Und habe so überlegt, vielleicht habe ich ja eine Depression. Kann ja sein. Da habe ich einfach mal gegoogelt, was tun bei Depressionen. Und da stand, immer längs schneiden, nicht quer. Spaß. Spaß. Nee, da stand, wenn Sie eine Depression haben, stellen Sie sich vor den Spiegel und sagen Sie sich immer wieder, ich bin schön und wichtig. Was ist das für ein Typ? Ich habe eine Depression und keine Demenz. Ansonsten lese ich viel. Ich habe gelesen, der Prenzlauer Berg hat aktuell die höchste Quote an Impfgegnern. Und Impfgegner wollen ja scheinbar irgendwie die Krankheiten aus dem Mittelalter wieder zurückbringen. Wo ich mich dann frage, wenn wir Dinge zurückbringen aus dem Mittelalter, warum bitte Krankheiten? Warum nicht öffentliche Enthauptung und das Recht mit deiner Schwester zu schlafen? Ein paar Leute aus Brandenburg gerade so, hä, wo ist der Witz? Ich verstehe es nicht. Okay, klatscht mal, wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Okay, einige, ja. Also ich glaube ja, das Wichtigste in einer festen Beziehung ist zuhören. Meine Freundin, die meinte zum Beispiel mal zu mir, sie hätte mal Bock auf Handschellen. Da habe ich gesagt, Baby, den Wunsch erfülle ich dir gerne. Habe dann am Flughafen einfach ein bisschen Koks in ihre Handtasche gepackt. Und unsere Beziehung ist recht frisch. Meine Nachbarn, die haben sich beschwert, dass sie uns beim Sex hören. Verstehe ich überhaupt nicht, weil sie wussten vorher schon, dass ich viel weine. Und wenn du halt Probleme hast in der Beziehung, dann musst du Schluss machen. Ja, das ist klar. Und da musst du halt einen triftigen Grund haben. Zum Beispiel meine Ex, die saß im Rollstuhl. Da habe ich gesagt, man soll Probleme nicht vor sich herschieben. Ihr merkt schon, meine Witze sind wie Fisherman's Friend. Sind sie zu stark, bist du zu schwach? Okay, sind es Studenten da? Gerade war hier irgendwie Computer Engine. Bist du das? Du fucking Nerd, Alter. Nee, ich habe auch studiert. Das kann man auch nicht studieren, wenn ich das schaue. Schön, dass du so selbstreflektiert bist. Nee, ich habe auch studiert. Und am allerersten Tag, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber da sagte der Professor immer diesen einen Satz. Also mein Professor hat auch gesagt, schauen Sie sich jetzt hier in diesem Hörsaal um. Nicht jeder, der jetzt hier ist, wird am Anfang des nächsten Semesters noch da sein. Und er hatte recht. Weil er ist zwei Wochen später gestorben. Vom Bus überfahren. Und ich habe jetzt gerade gelesen, die Uni Bochum hat die höchste Suizidrate in ganz Deutschland, was so Studenten angeht, von allen Unis. Und ich finde irgendwie, das wirft Fragen auf. Zum Beispiel, warum gibt es diese Statistik? Sitzt irgendwie der Ober-Uni-Professor in seinem Büro, sein Assistent kommt rein. Chef, die neuen Selbstmordraten sind da. Und er so, ah, wieder die Nummer eins. Ja, ich sehe schon, da sind einige jetzt so, ja, man darf keine Witze über Suizid machen. Ist natürlich völlig richtig, aber man sollte sich an dem Joke auch nicht aufhängen. Aber vielleicht, vielleicht fragt ihr euch auch so die ganze Zeit, was ist deine Message? Ja, was möchte er uns eigentlich mit diesen ganzen Witzen sagen? Und ich habe eine ganz klare Message am heutigen Abend. Und zwar, wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr Schönheits-OPs. Ja, weil ich bin einfach der Meinung, es gibt in unserer Gesellschaft noch zu viele Leute, die noch zu hässlich sind. Ja, machen wir uns das vor. Da draußen laufen Leute rum, die sehen aus, als hätte jemand versucht zu töpfern, wie sich Montage anfühlen. Und ich sage mal, wenn ich jetzt irgendwie 50 wäre und meine Freundin wäre 30, würde ich ja schon über so eine OP nachdenken, die einen so 10 Jahre jünger macht. Und ich würde ihr die auch bezahlen. Aber ich liebe Comedy, ja, gemeinsam über Dinge lachen. Ja, ihr auch. Cool, yeah. Sehr gut. Und die Comedy-Szene in Berlin, die entwickelt sich ja gerade krass, ne? Und die beste Comedy in ganz Berlin, die gibt es immer noch in der Berliner S-Bahn. Ja, weil die Berliner S-Bahn ist das einzige Verkehrsmittel, in dem ich schon mal den Satz gesagt habe, Entschuldigung, könnten Sie bitte aufhören, auf meinen Rucksack zu kotzen? Ganz normaler Dienstag in der Ringbahn. Ich sehe schon, ihr kennt das. Und neulich war ich wieder in der Bahn und habe festgestellt, wie assi die Bahn wirklich ist. Weil mich hat so ein Jugendlicher angerempelt. Ich habe ihn gefragt, was das soll. Und alle in der Bahn so, freeze. So ein Obdachloser legt so die Motz zur Seite. Und er sagte, ich will sehen, was jetzt passiert. Und der Jugendliche dreht sich zu mir um. Wir haben kurz Augenkontakt. Und er sagt, Sie, Hurensohn! Und ich so, oh. Da sagt noch mal einer, die Jugend von heute hätte keinen Respekt mehr. Er war so überrascht, dass er mich gesiezt hat. Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, mich bei ihm zu entschuldigen. Und das Geile an dem Satz, Sie, Hurensohn, ist ja auch, dass er mich scheinbar krass respektiert, aber meine Mutter so gar nicht. Was nur eins bedeuten kann, er kennt sie. Das war's von mir. Vielen Dank. Schönen Abend. Schönen Abend.